Wir sind eine sogenannte Hofdünger-Biogasanlage. Das heisst, 80 Prozent im Minimum müssen landwirtschaftliche Stoffe sein. Wir produzieren rund 2 Millionen Kilowatt pro Jahr. Umgerechnet würde ich sagen, es ist das so für 600 bis 700 Haushalte. Mit der Biogasanlage machen wir in erster Linie Strom. Aus den Nebenprodukten gibt es Abwärme, wo wir unseren eigenen Wärmeverbund mit Wärme beliefern. Dann gibt es auch aus dem Biogasprozess Gärdülle, die wir als hochwertige Dünger wieder auf die Felder ausbringen. Nebenan haben wir eine Biogastankstelle, wo wir tankfähiges Biogasufer produzieren, wo wir dann Lastwagen, Traktoren und Autos betanken können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 는